Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Aragami. Wir sind in Kapitel 8, wir haben das 7er jetzt schneller abgeschlossen, als ich gedacht hätte. Wir kommen immer näher an die innere Mauer. Ist dir klar, was uns auf der anderen Seite erwartet Aragami? Ja. Hikaru. Er erwartet uns. Kurosu hat ihn auch gesehen. Er wird für ihr Tod bezahlen. Für alles. Aragami, wenn wir diese Nacht überstehen, ich sorge dafür, dass die Schattenkaiserin dich für deinen Beistand entschädigt. Na toll. Was soll das dann heißen? Ewige Sklaverei? Na, keine Ahnung. Okay. Können wir da hoch, ich glaube. Schatten ist hier schon mal. Gut. Das heißt, hier sind wir so weit schon mal in Sicherheit. Wir können uns umschauen. Wir brauchen Kurosu. Der muss uns wieder sagen, wo es hier was zu holen gibt. Da drüben, da oben. Der Gratler gefällt mir nicht. Der muss wahrscheinlich... Kann ich hier raus? Eher nicht, ne? Das muss ich nochmal machen. Da um die Ecke. Achso, das Licht ist da, ne? Das Licht. Oh je. Keine Ahnung, ob das jetzt von mir schlau war. Schlägt der Alarm? Ja, tut er. Okay. Neu mal. Ja, ich muss wieder mal reinkommen, ne? Ich hab gedacht, vielleicht geht's ja. Vielleicht kann ich wieder so ein bisschen Tempo reinhauen, wie ich gerade vorhin. Aber ne. Ne, so, ne? Steht einfach da, ne? Ui. So. Dann nochmal. Gut, hier können wir schon mal hin. Da können wir hin. Ist hier jemand Böses? Ich glaube nicht. Also zumindest möchte ich gerne da oben den Bogenschützen ausschalten. Das wäre mir echt lieb, wenn das Klappentät tut. Darf ich hier rauf? Jo, eigentlich, wow. Geht sich gut aus. Und tschüss. Na komm, hau ihn weg. Sehr unglaublich, oder? So, der ist mal weg. Gut. Der nervt uns jetzt nicht mehr. Das ist sehr gut. So, jetzt muss ich nur noch schauen. Wie wir da jetzt am besten weiterkommen. Der eine da, der hier so im Kreis herum geht, ne, der macht mich leicht nervös. Ja, warte mal, das war jetzt auch nicht so schlau von mir. Ja, ja. Und, oh, macht kaputt. Sehr gut. Weg da. Oh, ich hab vergessen den Text. Ist doch egal. Völlig egal, wie schnell sie sind. Hinter diesen Türen wartet Hauptmann Hikaru auf sie. Meinst du, er wird... Äh, meinst du, er wird wieder? Hikaru konnte mal vier von diesen Nisoh-Ratten mit einem Schlag erledigen. Sogar gegen die Schattenkaisern hat er gekämpft und überlebt. Mach dir um ihn keine Sorgen. Okay. Kurosu, Kurosu. Wohin als nächstes? Ich hab keine Ahnung. Es ist einfach viel zu viel. Irgendwas mit 25 Metern in diese Richtung. Ja, das mit dem Lichtdingens da mit dem Glühwürmchen. Das ist nicht so klasse. Vielleicht können wir hier durchs Fenster rein. Ja. Das klappt schon mal. Okay, da kommt jemand. Ich muss ihn nochmal rufen. 20. Ich nehm mal den da vor. Ich muss irgendwo einmal anfangen. Irgendwo muss ich mal anfangen. Ansonst, äh, ja. Und so. Mhm. Okay. So, wo müssen wir da jetzt hin? Da kann's nicht sein, ne? Irgendwie da beim Haus vielleicht drüber? Nö. Hm. Muss ich nochmal rufen? 11 Meter. Da rein. Dieses Gebäude. Okay. Da haben wir sie schon. Tada. Gefindet. Hurra. Super. Nächstes. Äh, würde ich sagen, darüber. Ich hab grad keine Ahnung, ob ich das auch so richtig mach. Okay. Scheint aber mir grad nichts zu bringen. Muss wieder raus. Vielleicht rauf? Hm. Kann man denn da irgendwie drumherum? Höchstwahrscheinlich, ne? 17 Meter. Irgendwie da drinnen sogar, ne? Wie schaut's da drumherum aus? Deaktiviert die Lichtbarrieren. Jawohl. Werden wir machen. 70 Meter, 90 Meter. Okay. Jetzt geht der wieder zurück, ne? So. Mal in die Schatten rein. Ja, natürlich. Sicher. Na, geh weg. Alter, steht da blöd rum, ne? Ähm. Ja, das Licht. Dieses kack, elendige Scheißlicht. Geht mir so auf den Keks. Immer sehnt ihr ein. Gibt's ja nicht. So. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Komm, hüpf. Ja, ja. Ja, ja, ist schon gut. kann ich irgendwie rauf wie ich mich mal schützen kann warum denn auch da hoch ist zu hoch oder was ich möchte mal da drüben vielleicht hier durch ich habe keinen plan das liegt ja gut wenigstens etwas schon mal kann ich hier rauf nö ne man e so mal rundherum ich habe keine ahnung ich will doch nur die sachen sammeln so ah bogenschützen ist eh klar der muss leider weg das geht leider nicht anders der muss weg das ist mir zu gefährlich so kurosu 15 meter unter uns ist licht gut der kerl ist gerade draußen ne fuck fuck das war nicht gut ja ja natürlich ruf da ähm ja okay ist schon gut was wir sind hier irgendwie aha okay naja ist vielleicht jetzt gerade auch nicht so schlecht keine Ahnung so da ne 33 und irgendwas mit 20 ich kenne ob das ob ich hier rauf darf jawohl das klappt schon mal 10 aha der müsste hier sein jawohl sauber haben wir schon über 3 gut dann können wir vielleicht was lernen noch nicht braucht das 4 es braucht 4 4 4 4 4 da ist was mit 3 und da ist was mit 3 ähm Banmoku 2 bringe an allen enthüllten Feinden das Zeichen des Aragami an das kann was und was kann hier Sakaku 2 der Köder explodiert wenn sich ihm ein Feind nähert dabei werden umstände Gegner geblendet hm das hört sich gar nicht so schlecht an muss ich ganz ehrlich sagen was ist das Zeichen des Aragami das macht mir jetzt gerade neugierig das will ich mal anschauen ähm Tutorialkurs gibt's keinen mäh ich hätte doch das da oben nehmen sollen naja was soll's woher ist das eh nicht das letzte was wir finden tun hoffentlich ja da hinten ist Licht das Licht da möchte ich gerne ausknipsen wusch komm ich da geht das hier komm ich da hoch hui und verschwind die Bus sehr sehr gut jo nach wie vor das Problem da unten wow ähm hm komm gut dann muss ich den leider umbringen warten bis der wieder weg ist und bis der wieder weg ist leider umbringen zerstören und weiter geht's so weil die Glühwürmchen Leute kann man glaube ich ich weiß gar nicht ob man die umhauen kann ob man das Glühwürmchen irgendwie kaputt machen kann ich weiß es nicht so kommt der heute noch oder hätte ich den umhauen können oder wie jetzt kommt der noch jetzt kommt der noch gradler blöder so hau wieder ab kommt der auch ich hoffe nicht passt der ist weg komplett weg und das Licht machen wir auch aus sehr fein geschafft so wie kommen wir da jetzt wieder raus ist die Frage beziehungsweise wie geht es hier weiter passt das hat auch einigermaßen gut hingeklappt genau hingeklappt hingehauen wollte ich sagen hingeklappt hat das jawohl hingeklappt ich schwöre so das nächste item ist irgendwo da drüben optimalerweise wenn ich das hinkrieg ui wahrscheinlich in dem Haus da könnte dem so ausschauen scheiße das musste ich jetzt machen ups so hier hoch vielleicht ups so ist es jetzt der schreien gewesen ja ich idiot da war der schreien gemeint es tut mir sehr leid aber gespeichert ist wie schön normalerweise sind wir jetzt frei vom Bogenschützengratler so ab in die Schatten nochmal gespeichert ja für mich kann es noch 12 Stunden speichern das macht mir gar nichts das ist nur gut für uns so wo denn wo denn wo denn 17 schreien ja 33 da hinten irgendwo oh je rutsch ich ab fast großartig kann man hier rauf joo ich meine das war alles geplant natürlich ich meine das war das war alles absichtlich ja ja selbstverfreilich so irgendwo da drüben ist das jetzt wieder ein schreien der am nächsten ist ja ne na hier drüben da ist eine Rolle Schrift eine Rolle Schrift ist da so jetzt ist die Frage kann ich da hoch rauf hoch rauf geht und hier look 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 so geht es irgendwo rein ach Gott ich habe eine schlimme Befürchtung eine ganz schlimme Befürchtung ich habe ja jetzt werden wir sehen ob das Licht uns straft ok das Licht geht aus wenn sein Licht ausgeht das ist gut so und die nächste Rolle Schrift super dann das nächste was haben wir denn jetzt der Brunnen Brunnen da vorne ist drei Schriftrollen noch ok drei Rolle Schrift noch vielleicht haben wir Glück und wir kriegen die ich muss jetzt leider nur ein paar Mal Kudos rufen da vorne aha wow da kommt so ein Gratler kann ich mich ja das geht noch wow so klar sieht mich jemand ist ganz logisch so an dem Haus hier und so können wir uns kurz verstecken schaut dem so aus sieht ihr uns hier hat das geklappt hat geklappt ja und die nächste Rolle Schrift supi jawohl dann gut hinstellen und nächstes da vorne mit 30 Metern wow aha ich denke das werden wir kriegen wenn wir alle Lichterlines ausgeschalten haben ja toll ich glaube ich lasse das mal also mit dem runterhüpfen und so haut's nur ab ihr Kerle husch und weghauen so ich muss hier irgendwie rauf ja das na jetzt fällt der Gratler runter bist du bescheuert oder was komm bitte boah alter schnell verstecken alter da kriegst du noch einen Herzinfarkt bei mir eh so die nächste Rolle Schrift da drüben mit 41 Metern also ich denke mal in einem dieser Häuser da drüben drüben das heißt ich muss nochmal da drüber ja toll gut der eine muss kribieren hab ich grad mitbekommen der da muss sterben nicht mit dem schuldigen sondern einfach dann von oben gehüpfend und tschüss wenn der sich umgedreht hat endlich mal nach Möglichkeit weit weg vom Licht hier zum Beispiel müsste es passen fein dann wär's vielleicht gut wenn ich mich schnell da rein verschießen könnte und vielleicht hier mal so verstecken für eine kleine für ein paar Minütchen oder Sekündchen und dann nochmal Kugus 13 in die Richtung jawohl das heißt ich glaub draußen ja du Kacklicht Kacklicht Kack Wachmann dann würde ich gerne mit dem Ding ans kaputthauen oh oh das lief gut und da haben wir auch die Rolleschrift sehr sehr gut dann haben wir dann haben wir glaube ich nur noch eine Rolleschrift und die wird wahrscheinlich dort sein wo wir die Lichtbarriere gesehen haben denke ich mal ganz stark ja ich glaube schon wir müssen jetzt so wie ich das sehe ein Lichtelein noch ausschalten dann ist die Lichtbarriere weg und dann könnten wir normalerweise die letzte Rolleschrift holen da wir jetzt schon wieder drei haben soll ich noch schnell das hier ich denke schon oder Sakaku wenn ich das noch lerne denke ich wusch der Köder explodiert wenn sich ihm ein Feind nähert dabei werden umstehende Gegner geblendet sehr fein wusch so also ich wir dürfen sollen müssen wieder zurück ja so schaut's aus wir dürfen sollen und müssen wieder zurück wusch passt schleich 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 kurosu meine treue Seele das Licht ich sehe das ah da drüben ich sehe nicht das Licht so helft mir so helft mir da ist ja nicht aber trotzdem die Lichtbarriere und das Licht soll da drüben sein echt jetzt das ist halt so kann ich da irgendwie rauf achso ich kann jetzt nochmal durch warte nicht Licht wow naja könnte sich um eine optische Täuschelung gehandelt haben so schleich 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 da ist jemand da ist jemand oh 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 ja das war der Wind pff alter die Nerven meine Nerven jetzt ist da glatt die Frage so hammer hammer geschafft gut wohin als nächstes das Licht in 5 Metern über uns tatsächlich über uns mich nochmal darüber und darüber ist da ein Radler ja leider leider so schnell weg ok das haben wir mal ich hoffe der sieht uns nicht gespeichert ist gespeichert ist es ist gespeichert glaube ich halt zumindest es wäre es gut wenn ich wenn ich da irgendwie ui so mal hier so da ist gut da stellen wir uns rein da sind wir sicher wie in Abrahams Schoß wow ok wohin als nächstes erreiche den nächsten Abschnitt wo ist denn der 24 da drüben das da könnten wir eventuell sogar hinbekommen oh kommt der jetzt da lang will ich aber nicht haben freilich sicher kommt er da lang ähm wir können da außen und rum sehe ich auch gerade das müsste theoretisch auch klappen look 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 und hüpft ja ich glaube wir haben es hinbekommen wo ist denn sehr gut so macht das Spiel gleich viel mehr Spaß mua da haben wir den den Turm von China oder Japan keine Ahnung ja Spaß er geht einfach so versteckt sich nicht mal er ist komplett lautlos man hört nichts ist das ein Grabstein was ist hier passiert was mutten röschi Was? Schon wieder eine Vision. Noch eine Vision? Die Essenz entströmt der Seele. Sehnlose Geschöpfe können sie nie erschaffen oder beherrschen. Aragami, bist du in Ordnung? Hat die Vision etwas mit dir gemacht? Das war Meister Tsuyoshi. Er hat die Anführer der Kaiho, die Technik gelernt, mit der sie dich und die Schattenkaiserin gefangen nehmen konnten. Das waren seine Worte. Woher weißt du? Ich weiß es einfach. Wie im Grabmal. Es müssen die Erinnerungen des Generals sein. Tsuyoshi mag ein Feind der Nishoku gewesen sein, aber seine Weisheit war echt. Er hat den Anführer der Kaiho viel über die Essenz beigebracht. Und diese Worte. Denkst du, dass ich eine Seele habe? Stand in den alten Schriftrollen etwas über die Seele eines Aragamis? Ich, ich denke nicht. Ist das wichtig? Natürlich ist das wichtig. Verstehst du nicht? Meine Schattenessenz, sie ist kein Teil des Rituals, das mich beschworen hat. Sie entströmt einer Seele. Hätte ich keine Seele, hätte ich auch keine Essenz. Aber wessen Seele? Wo ist sie hergekommen? Wo? Nein, Entschuldigung. Ich bin kein Mensch. Seelen tauchen nicht einfach aus dem Nichts auf. Was, wenn ich jemandes wiedergebohrt bin? Ich benutze die Schattenessenz und das Schwert, als wäre ich damit geboren worden. Und das seit dem Augenblick, als ich aufgewacht bin. Ist das so, weil ich ein Aragami bin oder weil ein Teil von mir die Seele eines Menschen ist? Eines Menschen, der dieses Schwert führen und die Schattenessenz beherrschen konnte, bevor er oder sie gestorben ist? Was, wenn? Aragami, ganz ruhig, bitte. Was willst du sagen? Tut mir leid. Die Erinnerungen von jemand anderem machen mich ganz wirr. Ich will nur wissen, wer ich bin. Ich glaube, dass mir etwas fehlt. Ist schon gut, ich verstehe. Du musst mich einfach... Nein, Entschuldigung. Du musst mich für eine schreckliche Beschwörerin halten. Ich habe dich in die Welt geholt und kaum... und kann nicht mal die einfachsten Fragen über Aragami beantworten. Weißt du was? Vielleicht hast du recht. Vielleicht sind Aragami tatsächlich die Wiederauferstehungen toter Krieger. Vielleicht hast du in einem früheren Leben zu den Kämpfen des Nisoku gehört und kannst deshalb die Schattenessenz nutzen. Keine Sorge, wir finden raus, was du wirklich bist. Da bin ich sicher. Aber jetzt musst du ruhig bleiben. Du darfst gegen Hikaru nicht unterliegen. Na, großartig. Rang A, ich bin zu Frieden. Der weiße Alte. Haben wir als Errungenschaft bei Steam abbekommen. Abbekommen haben wir die. Voll abbekommen, jo. Ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das so. So würde ich gerne weitermachen. Bin gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Aber fürs Erste kann ich mich damit sehr gut arrangieren, muss ich sagen. Kapitel 9. Der letzte Hauptmann. Rang? Spiegel. Das Töten von Wachen macht Lärm. Überprüfe deine Umgebung bevor du... Habe ich bisher noch nie und so. Kurosu. Kurosu. Erreiche den nächsten Abschnitt. Jawohl, wir möchten aber zuerst da drüben. Rolle Schrift. Das ist eine Rolle Schrift. Ich habe es gerochen. Es ist so weit. Dies ist der einzige Weg. Ich weiß nicht, was Hikaru für dich bereithält, aber ich werde dir helfen, so gut ich kann. Pass auf dich auf. Keine Sorgen, Yamiko. Ich kümmere mich um ihn. Jo. Aber zuerst will ich die Rolle Schrift haben. Mu. Ja, da steht die Gute wieder. So. Geht's da oben rein? Hm, was ist denn das für ein Riss in der Wand? Ist das normal? Hm. Ich denke schon, oder? Darf ich hier rauf? Oder bricht das Ganze ein, wenn ich da raufhüpfe? Ich meine, bei unserem Gewicht wird mir das gar nicht wundern. Aha. Da habe ich gerade was gemacht. Ganz unbewusst. Ist das hier so richtig? Ist hier dann die Rolle Schrift? Oder bin ich da komplett verkehrt? Weil es ist so dunkel. Ich kann fast nichts sehen. Ach so. Lol. Da wäre es drumherum. Hm. Verstehe schon. Lol. Ja. Das war absichtlich. Hm. Ja. Definitiv. Das war Absicht. Hm. So. Look, look. Mach mal Klingelingeling. Hinter uns. Da drüben. Ich würde sagen, hü-hüpf. Hü-hüpf. Und da haben wir sie schon. Yeah. Die nächste, bitte. Huch. Falsche. Entschuldigung. Falsch. Ich habe nicht meine Ahnung, wo der nächste Abschnitt ist. Kann ich da? Und so? Wo? Eventuell? Vielleicht? Vielleicht? Nein? So? Vielleicht? Ja. Ich habe gerade... Aha. Ich glaube, ich weiß schon. Hui. Darüber, ne? Ich würde sagen, darauf. Wenn es geht. Ja. Look, look. Look, look. Keine Sau da. Nein. Wow. Was haben wir denn da? Ist er da schon? Der Hauptmann? Cool. Oh, der Part ist zu Ende. Oh oh. Ich habe Mist gebaut. Entschuldigung. Er ist hier. Oh. 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 Soldaten. Es ist soweit. Toll. Du bist weit gekommen. Aber es ist vorbei. Kann er mich echt sehen? Oh je, Madonna. Ich hoffe, er speiert hier. Aragami, die Kugel auf Hikaros Rücken schützt ihn. Du musst sie zerstören. Warte. Das ist noch eine zweite Barriere, die mit den Kugeln hier verbunden ist. Kümmer dich zuerst um die. Na, großartig. Wir werden auf alle Fälle... Ich muss abhauen hier. Ich, ähm... So. Ich möchte gerne speichern. Also speichern und auch was zeigen. Alter. Kommt er da jetzt echt lang? Der Gratler. Ich muss den nicht hoch. So, jetzt habe ich mal Ruhe vielleicht. Was wollte ich sagen? Tatende. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.